Dann bring deine linke Hand zur Hüfte, du kannst sie hier lassen oder auf der Tiefe, indem du deinen linken Arm zu der Innenseite deines rechten Oberschenkel bringst und dir damit hilfst, deine Brust noch mehr zur Seite aufzudrehen, während du nach vorne in Ardha Chandrasana fließt. Gleichen Dynamiken wie in Trikonasana, die rechte Hüfte rollt unter deinen Körper, die linke Hüfte dreht sich nach oben und zurück auf, bring deinen Oberkörper über dein vorderes Bein, dein hinteres Bein ist ganz gestreckt und lebendig, ausatmen, komm raus und löse die Haltung, beide Hände zur Matte, heb dein Herz und pulsiere hier mit deiner Atmung, um die Wirbelsäule zu verlängern, bevor du in Standingsblitz kommst.